tv übergenau berichtet was ist los in der region die leim bei freudensprung erlenbachhof 1 zwischen die leim und hochenberg findet wieder etwas sehr interessantes statt auf augenhöhe der bürger dass auch sie ihre freizeit dort genießen können tiroler bauernbuffet mit live musik mir sanz am 30.03 bei freudensprung finden sie sich dort ein diese veranstaltung geht von ca 19 uhr bis ca 21 uhr es ist was sehr starkes geboten und zwar wenn man in der tracht erscheint erhält man zum beispiel ein stammerl williams christ aufs haus mir sanz die austro pop und austro rock band aus dem kreischgau wird sie verzaubern tv übergenau war vor dem geschehen vor ort gewesen und hat den kurzen aufbau schon einmal für sie gefilmt sie können dort ihre plätze reservieren bei freudensprungs kaffeestadel allenbachhof 1 in 69 234 dealheim unter der telefonnummer 06 222 939 7163 oder gehen sie einfach auf www.facebook.com schrägstrich kaffeestadel auch haben sie die möglichkeit über die webseite bei freudensprung sich anzumelden wie zum beispiel www.obstbau-freudensprung.de freuen sie sich auf das event reservieren sie sich jetzt schon ihre schönen plätze und erleben sie dieses wunderschöne event wir wünschen ihnen viel spaß ihr oliver döll von tv übergenau